Als Bausparer haben sie die Chance auf gleich drei staatliche Förderungen und kommen damit noch schneller zu ihrem eigenen Zuhause. Zum einen gibt es die Arbeitnehmer-Sparzulage. Damit bekommen sie bis zu 43 Euro pro Jahr. Zusätzlich bezahlt der Staat eine Wohnungsbauprämie von rund 45 Euro pro Jahr. Dazu kommt die jährliche Riester-Grundzulage für ihre private Altersvorsorge. Das sind noch einmal bis zu 154 Euro. Macht insgesamt schon 242 Euro. Sind sie verheiratet und ihre Partnerin oder ihr Partner bringt einen eigenen Riester-Vertrag mit, bekommt sie oder er die gleiche Förderung. Macht zusammen 484 Euro. Das ist aber immer noch nicht alles. Für jedes Kind, für das sie Anspruch auf Kindergeld haben, bekommen sie nochmal 185 Euro Riester-Kinderzulage. Oder, wenn es nach 2007 geboren wurde, sogar 300 Euro. In diesem Fall sind das bei zwei kleinen Kindern insgesamt 1084 Euro pro Jahr. Für alle Prämien und Zulagen gelten bestimmte Voraussetzungen. Bei der Wohnungsbauprämie zum Beispiel eigene Einzahlungen auf einen Bausparvertrag. Informieren Sie sich jetzt und verwirklichen Sie noch schneller den Traum von Ihrem eigenen Zuhause. Als Teil der grössten Bauspargemeinschaft der Welt. Schwäbisch Hall. FARES myös Langsam Vielen Dank.